Christine Böhler, Sie haben heute erklärt, dass Sie dem Bundesratsvorschlag folgen wollen. Das heisst, dass die soziale Absicherung für Pürin das Heitrittskriterium für die Rechtszahlungen liegt. Warum? Nach so langen Jahren von dieser Gleichstellung in der Landwirtschaft, dass wir jetzt endlich mal ein Resultat haben müssen, und zwar etwas Konkretes. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Als ich es vorhin schon gesagt habe, schon 1918 hat Augustin Achillabere in Moudan genau die gleichen Forderungen gegeben. Dass Frauenbäuerinnen, die einen erheblichen Beitrag im Erfolg des Landwirtschaftsbetriebs leisten, dass sie dazu unbedingt auch daran am Gewinn partizipieren können. Sie haben es gerade 1918 angefangen, jetzt sind wir 2019. Warum ist das so lange gegangen? Oder warum geht das so lange, um über das Thema überhaupt zu diskutieren? Erstens, so hätte ich das auch gerne müssen. Und zweitens, wie Sie sagen, die Bäuerinnen, die sind halt schon sehr austaurend und viele sind so in ihrem Tagesgeschäft, von der Arbeit, von der Familie, vom Betrieb, von allen unvorgesehenen Sachen einvernommen, dass sie gar nicht Zeit finden, um über ihre Situation zu denken. Aber das merken wir schon, der Leidensdruck ist einfach gross. Ist der gewachsen? Ich weiss, ich glaube nicht, dass er an und für sich gewachsen ist, aber die Diskrepanz zu einem anderen Teil der Gesellschaft, der ist viel grosser geworden. Und das haben Sie vorhin auch in der Medienkonferenz gesagt, das ist das, was Ihnen eigentlich Sorgen macht, dass die Bäuerinnen irgendwie abgehinkt werden? Das ist mir ein grosses Anliegen, weil wir ja immer gerne vom Idealfall, vom bäuerlichen Familienbetrieb reden. Und wenn wir uns so weit von der restlichen Gesellschaft entfernen, das ist also das Killerkriterium Nummer eins von diesem bäuerlichen Familienbetrieb. Da bin ich wirklich sehr überzeugt. Auch so, wenn ich sehe, was Ideen der Jungen sind, wie sie funktionieren, das ist das an und das an, dass wir dort ein tragfähiges Fundament bieten können. Jetzt könnte man auch sagen, wenn man es sich in einer Partnerschaft gut findet, dann braucht es keinen Vertrag, keine Absicherung, das funktioniert ja schon. Warum reicht das nicht aus der anderen Sicht? Wenn es so gut funktioniert, hätte man ja auch die Idee, es sollte so lange dauern. Und mit der Zeit ist einfach die rosa-rote Wolke durch und dann muss man auch in einer, das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen komisch, aber auch in einer Partnerschaft kommt einiges Zeit, wo man mit den harten Fakten spricht. Und nicht einfach, ja, du bist mein Liebster. Das muss schon sein. Das muss schon sein. Aber wenn das kein Fundament hat, kein tragfähiges Fundament hat, dann ist das nur eine kurzfristige Angelegenheit. Und das ist ganz, ganz schlecht für die Familie, für den Betrieb, für die gesamte Landwirtschaft eigentlich. Gleichzeitig müssen Sie sich auch jetzt mit Kritik befassen. Ihnen wird vorgebracht, dass das zu hohen Kosten führt, dass das nicht umsetzbar ist in dieser Form. Und trotzdem eine riesige Diskussion an der Öffentlichkeit. Ist das... Wie... Sind Sie nächste Beschmutzerin? Ja, also da wagen ich mich jetzt, dort dagegen zu wehren. Also ich betrachte mich schon eigentlich schon als Bäuerin. Ich war in meinem Leben nie eigentlich gross etwas anderes. Und ich mache das noch heute mit grosser Überzeugung. Aber die Erfahrung zeigt mir einfach, dass... Wie wichtig das ist, dass wir den Bezug zu der Gesellschaft aufrechterhalten können. Es ist immerhin auch eine Gesellschaft, die uns... Direktzahlungen jedes Jahr in ganz grossem Ausmass ausschüttet. Und dafür soll mir auch zeigen, dass wir das ernst nehmen. Dass wir auch die sozialen Komponenten ernst nehmen. Und vielleicht noch zu der Kritik. Wenn man keine Kritik hat, dann hat man auch keine Diskussion. Also wir haben uns dieser Diskussion auch in unserer Basis sehr, sehr früh schon gestellt. Nicht erst jetzt hier in der Vernehmlassung. Wie das haben wir ja auch aufgezeigt, vorhin auch in unseren Inputs. Dass wir das schon sehr, sehr lange verfolgen. Und dass das nicht eine neue Diskussion ist. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir Freunden ein gutes Donner. Ich wünsche euch eine ganze Zeit so schnell! Io muss mir doch Garcia3 Ganze so schnell! Du bist da rohlich? Bis zum 9 animiert? Das move muss jetzt gehen! Ciao, dass ich ref! Ich wünsche euch, bis zumbeеру. Det kennt Anfang, abervaft es chaos ist. Untertitelung des ZDF, 2020